Hello Yo, ich bin ein Profi 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 nur mit Fee, so wie Brody Haben wir noch nicht mehr angeguckt und zwar Unusual Memes Compilation Let's go Hä, in der Hand nimmt er die? Ist doch heiß Ah, was war denn da? Ooooooooooooooooooooooooooo Warum mit der Hand? Oh mein Gott, ich bin jetzt schon gestorben In den ersten 5 Sekunden bin ich schon gestorben Komm her Nooooh Oh mein Gott, es geht schon so gut los Hä, was mit der Katze gerade passiert? Hä, weg einfach Oh nein Ja Haha Wie er steils weglauft so Haha, geil Oh, es geht schon Oh, was? Hä? Haha Hahaha Der Unter wird sich hinsetzen Ist mal durchgefallen Ey, es ist so gut Es ist so gut, wirklich Der Wollt sich hinsetzen Das einzige Loch, was da ist Er fällt einfach rein Haha Was macht denn der? Kaffee Ahhhh Nein Es tut weh Hahahaha Fuck Boah, geil Was sollst du mitnehmen? Warum? Ist das arg oder was? Hä, warte, fuck Waschbär Hinsetzen 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 Oh nein Hat die Wasserleitung reingeworfen Hä, haben die auch bei der Wasserleitung ne, ne, darts Dings Hingebaut Oh nein, wir sind nicht abgedeckt Och man Der Fenster ist ja auch direkt da Hä, ich würde das noch niemals alles in die Ecke machen wo du doch hinwirfst Was, was war das? Was war das gerade? War das, war das eine Ratte? Was war denn das gerade? Eine meiner Maples? Zum Essen oder was? Keine Ahnung Das kenne ich sogar schon Ach Leute, das ist keine echte Superglutus shoot to the floor, oh nein Ist doch eine Katze da Was war das denn jetzt? Warum? Hey, manchmal stehe ich nicht Warum? Just Dance einfach Ne, Just Dance, nicht Just Dance Wie heißt das nochmal? Das Handy, oh nein What if it's expired? Mandelmilch Uuuuh Uuuuh Abgelaufen Nein, süß Ich hab mich gerade erschrocken Osu Oh, ich war eigentlich raus, um ein Cupcake zu holen Und dann geh ich nach Hause Ähm, es gab Dumm Oh ne, es geht schief Äh, noch nicht? Okay Ah, unten ist ein Loch Oh ne, was macht die denn da? Oh nein, was passiert da? Yo Jack, wake up! It's time for the gym Oh, okay Warum? Hä, was passiert hier alles? Hä, was passiert hier alles? Dirty Dancing, genau so ist das ja Die, 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 das sind halt amerikanische Wände, ne? Sehr klar Ich hatte meine 2. und 4 Finale heute Ah, du weih Oh, ich hab einmal, mich so gefühlt, so als Barkeeper, wollte ich spielen Ich hab so, so ein Glas genommen Wir haben abgetrocknet gerade auf der Hütte Und dann zu tun, als wäre ich's auf einer, an der Bar So, yo, Barkeeper, gib mir doch einen Ich hau dieses Glas Auf den Tisch Und es springt in meine Hand So, plau So, ich war so richtig dumm von mir Wir haben so kurz ne Rolle geschlüpft The fuck did you just say to me? Was? Geil Oh, was? Es ist so schwarz verbrannt, dass das entweder, dass das schon die Form angenommen hat von dem Blech Und wo ist Backpapier? Deswegen Backpapier, was ist denn das? Oh mein Gott, Mittwoch hat auch schon mal Brot vergessen aus dem Ofen zu nehmen, so ein Baguette Und es war komplett schwarz Komplett war das schwarz Alles war schwarz Komplette Brot, es war gar kein, gar kein Brot mehr gesehen Es sah aus wie ein schwarzes Stück Kohle Meint die jetzt, oder lacht die? Ah, wie das aussieht Nicht gesund auf jeden Fall Wait, why are you doing that now? Yeah, look what the fuck is this? What is this? Oh my god, drop it Drop it, yeah Ja, hab mir auch, geht ich auch Ah, geil Das findet's glaub ich gut Die fällt in den Karton rein Ja Ah, jetzt ist es schweigt Ach doch nicht Hä, jetzt rollst du zurück wieder Hä, wie geht das? Hä? Hä? Okay, das ist geil Einfach Bowling, den wer geschmissen ist, kommst du hier wieder zurück Richtiger Boomerang, Alter, geil Okay Okay, alles okay Nooooh Oh, die eine Gemüse ist aber richtig wild Jo Ich bin dein Profi Profi Ich profi nur mit B, so wie Brody auch hier Wie wird das aufgericht?